Herzlich Willkommen bei Gravity's Plus und heute schauen wir uns das smarte Headset von Jabra an, den Jabra Halo Smart. So sieht das gute Stück aus. Das holen wir natürlich jetzt erstmal aus der Verpackung. Das machen wir hier unten. Einmal öffnen und dann das ganze herausziehen. Da kommt auch schon das Zubehör. Schauen wir aber erstmal nach dem Kopfhörer. Da ist er. Und da fällt schon auf, der Kopfhörer hängt an so einem Bügel. Das ist dieses besondere Feature. Der hat aber auch seine Bewandtnis. Das schauen wir uns gleich mit dem Detail an, was der kann. Ansonsten haben wir in der Verpackung natürlich eine Anleitung, ein Micro-USB-Kabel, um den Kopfhörer auch wieder aufzuladen und Gummipassstücke fürs Ohr in der Größe S, M oder L. Hier drauf sind standardmäßig die M. Schauen wir uns mal an, was der Kopfhörer so kann. Sehr praktisch ist, dass die Kopfhörer magnetisch sind. So könnt ihr die zusammen machen und sie hängen, wenn ihr das Gerät um den Hals tragt, nicht einfach herum. Braucht ihr die Kopfhörer gar nicht mehr für einen bestimmten Zeitraum, könnt ihr diese auch an dem Ring befestigen und sie sind komplett aus dem Weg. Der Ring hat verschiedene Tasten mit verschiedenen Funktionen. Erst einmal schalten wir das Gerät natürlich ein und koppeln es, wie gewohnt auch andere Kopfhörer über Bluetooth. Ist der Kopfhörer gekoppelt, könnt ihr in der Jabra Assist App verschiedene Einstellungen vornehmen. Unter anderem findet ihr hier auch noch mal die Geräteanleitung digital, sowie ein paar lustige Tipps und Tricks vom Hersteller. Ihr könnt hier auch eine Einstellung vornehmen, die heißt Nachrichten vorlesen. Schaltet ihr das ein, kann der Kopfhörer, solange die App offen ist, euch E-Mails oder Kalendertermine vorlesen. Das ist besonders im Büroalltag sehr praktisch, um keinen Termin mehr zu verpassen. Am Kopfhörer selber habt ihr verschiedene Tasten. So könnt ihr die Lautstärke regeln, eure Anrufe annehmen oder auch Lieder vor- oder zurückdrücken. An der rechten Seite habt ihr einen besonders praktischen Button, nämlich den Siri oder Google Now Button. Damit könnt ihr mit einem Drück direkt auf Siri oder Google Now bei Android Telefonen zugreifen. Besonders gut gefallen hat uns die Sprachzeit. Mit 17 Stunden ist dieses Headset wirklich ideal für Business Kunden geeignet, die viele Gespräche führen müssen. Wer lieber Musik hört, kommt auch immer noch auf 15 Stunden Wiedergabezeit. Nicht ganz so gut gefallen hat es, dass man für die Vorlesefunktionen für E-Mails und Kalender die Jabra Assist App immer auf dem iPhone geöffnet haben muss. Dies ist bei Android besser gelöst.